Danke für die Points, okay. Oh, geschafft! Wie machen wir jetzt das zweite... Oh Gott! Was für ein Spinner. Geiles Ende, muss ich sagen. Ah ja, hier geht's hoch, genau. Danksagung, was soll sich scheiße? Aha. Hä? Willst du mich verarschen? Hä? Das geht doch gar nicht. Ah, doch, doch, siehst du, das ist ein Block. Hm. Ich glaube, ich verstehe. Oder ich verstehe nichts. Doch, ich verstehe. Oder und... Hä? Doch, ich verstehe jetzt. Ja, mal. Ich glaube, hä? Moment, wir gehen jetzt ganz vor. So, seht ihr, jetzt ist easy peasy, jump on easy. Ich komme gar nicht hoch, na super. Ich gehe jetzt mal. Pam! Gelber Schalter aktiviert! Nein, das wollte ich eigentlich nicht aktivieren, aber egal. Okay, geiler Schalter. Ich weiß nicht, ob du was bringst. Ja, safe und können wir von mir aus machen. Was ich eh jetzt wieder tue. Okay. Gehen wir hier hin. Das Labyrinth. Runter. Shit. Jetzt ist wieder die Frage, wie machen wir das? Seht ihr? Moment, runterdrücken. Zack. Da ist der Cooper. Yoshi könnte ihn mitnehmen. Das ist ja auch nicht der Cooper, den er zu Feuer macht. Shit. Verschwindet der Cooper, wenn ich ihn hier lasse? Ich weiß es nicht. Komm schon. Der Cooper ist weg. Yashi, Yashi. Shit. Mit dem Cooper wollen wir dich natürlich nicht füttern. Da ist was, aber wir haben keinen P-Switch. Der P-Switch wird da am Ende rauskommen, das ist klar. Ja. Ja, mein. Schieß. 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 Komm schon. So. Nochmal, Yashi, und dann bist du satt. Okay. Ja. Haha. Nicht witzig. Ja, ich verstehe, wofür die Lücke ist. Shit. Auf was für Ideen kommt ihr mal? Moment. Vielleicht muss ich es nicht so verrückt machen, sondern nur von hier aus. So, ich schaffe es schon irgendwie. Nein, das war es, das war es. Ich habe mich nur verdrückt. Ja. Ja, 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 ja. Nein. Warte, das schaffe ich. So, haha. Oh Gott. Das war fies, oder? Ähm, Cooper, nehm mal dich mit. Alter, wie kommen wir zurück? Nein. Bitte das mit Yashi. Shit. Ah, die Blöcke, die Blöcke. Seht ihr? Das heißt, wir müssen aber schnell sein. So. Nein. Nein, Yashi. Ich brauche Yashi. Ich brauche Yashi. Es bringt mir hier gar nichts. Scheiße. Ich brauche das große Yashi. Ach, du Scheiße, du. Ja. Ich habe nicht mehr viel Zeit, verdammt. Wir müssen es irgendwie jetzt hier hinkriegen. So. Komm schon. Hoppala. Nein, nein. Du bist... So. Komm schon. Nein. Wie soll ich das mit Yashi schaffen, verdammt. Na, nichts. So will ich es nicht haben. Oh, Mann. Egal. Nein. Okay, er ist nicht oben gelandet, der Cooper. Nein, du Arsch. Yashi, Mann. Friss nicht alles, was in deine... Vor deine Schnauze kommt. So. 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 Da. Das dürfte reichen. Schieß, schieß, schieß. Okay. Ich brauche Yoshi weiter, aber... Ob er... Wenn ich ihn hier zurücklasse, die Frage ist, ob er da bleibt. Oh, wartet, wartet. Nee, der Yoshi kommt da nicht rüber. Er kann auf diese Piranhas springen. Hoffentlich schluckst du das nicht irgendwann runter. Nein, er kann nicht. Na. Aber ich verliere ihn so. Ich weiß nicht weiter, verdammt. Ich will jetzt hier nicht den Schwanz einziehen und mich zurückziehen, aber... Ich sehe da keine Lösung. Wie kann ich mit dem Yoshi da rüber? Ich habe nicht so viele SMW-Kenntnisse wie ihr. Also, Leute, ich sage jetzt mal, ich höre auf für heute. Das war es von mir, euer Kai 07. Ich probiere dich her. Aber ich похру. Für euch zusammen H будst. Ich glaube nicht... Ich danke dir.